Oh Gott, ein Schrankfehler. Ok, ich bin wieder da. Und jetzt muss ich Kisten zumüllen. Haben wir noch Kisten? Bitte danke. Eine Trashkette. Gar nix mehr. Doch, eins, zwei. Machen wir jetzt mal wieder zwei Kisten. Wir brauchen jetzt hier einfach eine dritte Dirt-Säule unter dem... Einen Safari-Net-Single-Use habe ich auch. Kannst du irgendwas mit in den Auto-Spawner klatschen? Erstmal alles rein, was nicht mir gehört. Zwei Balken-Spawner. So, Steam Machine. Und ganz viele Bücher. Boi. Nee, danke. Das Angebot nehme ich nicht an. Normale Bücher, die habe ich auch noch mit. Das ist Slime-Insel. Das ist Slime-Insel. Eins. 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 Das können wir doch versuchen von hier zu treffen. Ich komme da glaube ich schneller hoch. Ich bin doch schon drauf. Okay. Ich hätte jetzt einfach mit der Portal ja noch geschossen. Aber ich bin einfach hochgegangen mit dem Ding und so. So. Leiter. Machen wir gleich noch welche? Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall Slime forever. Das ist das Amulett. Das hat nur die Werte. Mal 4, mal 3, mal 4, mal 1, mal 4, mal 4. Okay, im 25er. Okay. Das ist nicht das Beste, aber... Book of Biomes. Okay, da muss ich jetzt mal rein. Oh, eine Frau Nummer gekommen. Soll ich mir den Scheiß nicht mehr machen? So. Ähm, das Buch. Das. Das, das. Das öffnen, das öffnen. Und das will ich auch öffnen. Matt Slime hier oben. Okay. Witchcraft. Witchcraft. 34 Seiten. Witchcraft. Magie-Zirkel. Okay. Hab ich auch gelesen. Ich habe jetzt drei Sitzlinge von den Bäumen hier oben. Man kann auch ein Video abspielen fahren. Voll. Ich komme angerauft. Kann nur mich kommen? Es blitzelt wie angesiedelt. Depeche. Äh. Achso. Seht ihr mich schon? Ah, ich seh dich. Okay. Brauchtest du noch? Du hast auch was gebraucht, oder? Bei mir sieht das aus, ob du in der Luft läufst. Ja. Hast du überlebt? Kein Plan wie, aber ja. Voll. Loll, 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 loll. Loll, 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 loll. Loll, loll, loll. Probier jetzt erst mal was aus. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Hey. Soll ich? Nee. Nein. Nein, bitte nicht hier. Woanders können wir das gerne machen, aber nicht hier. Okay. Wir machen das einmal, okay? Ah, nee, da sterbe ich auch mit. Nee, lass mal. Ich wollte mir eben Kakteen und Bambus anpflanzen. So. Äh, wozu? Wir haben Slimes. Ja, aber dennoch. So viele Slimes haben wir doch nicht. Wat? So viele Slimes haben wir doch nicht. So viele Slimes haben wir doch nicht. Oh, nicht so viel. Nein, wir haben unendlich viele Slimes. Wir haben Zipplings von den Bäumen da oben. Ja, aber meinst du, die gehen auch da mit? Da. Da. Sag da einfach so. Da. Nein. Das ist kein Holz. Da ist halt so Slime. Und aus jedem dieser Blöcke kommen einfach vier Slime-Bälle raus. Ja, aber nicht immer Setzlinge. Da. Doch. Zack. Okay. Zack. 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 So. So, was macht jetzt eigentlich unsere Produktion da hinten? Zack. Zack. Zu groß. Dann aber noch schwarze. Oh, wo muss ich so viele Eier jetzt bekommen? Ach, sag dich das Endzhaft zu f... Hä? Die ganzen Hühner haben schon Eier gelegt. Schon wieder ein Ei. Fick dich doch. Hä? Stell dich doch nicht an, das ist doch gar nicht groß. Also das ist jetzt... Elf mal elf. Höfel. Höfel. Also das hier. Von hier. Bis. Ja. Wo ist jetzt das verkackte Problem? Mhm. Was denn? Funktioniert das so? Wie du das hier gemacht hast? Mit dem Hopper? Ja. Toll. Ich weiß noch, wo ich Pi herbekomme. Was? 2. Yo, Make is ein ganz großes Feld. Die sind alle drei hoch. 1. 1. Zack. Ok. Die haben alle teilweise schon Früchte. 1. 2. Ah, sehe ich schon. Ei. Oh, den Gleiter ist echt toll. Ich mach mal von unten, dann hast du den. Dann wachsen die nicht so schnell nach. So, wenn wir jetzt gleich nen Stack haben, können wir eigentlich schon mal nen Stack wieder machen, oder nicht? Mhm. Warte. Easy peasy. Leck. Jalla, Digga. Ist einfacher. Jalla. Boah, wie schnell. Das ist richtig geil. Boah, wir haben schon. Ich hab nur 6 Stück bekommen. Kommt ihr eigentlich mit dem Strom aus? Ja, der Strom ist voll in Ordnung. Der Strom ist voll. Ja, der Strom ist voll. Ja, jetzt sagt voll, ja. Ja, was machen wir jetzt an? Was machen wir mit dem Reststrom? Kekseböcken. Ofen betreiben. Ja, dann schließen wir noch nen Ofen an, würd ich sagen. Hol nen Rhyzer. Ja, hol nen Rhyzer. Ah, da brauchen wir ne Rhyzer für, ne? Ich hab schon wieder keine Dinger mehr. Ja. Überhaupt noch irgendwo. Ich glaube nicht, weil der einfach so umfallet. Ach, hier wurde er gar nicht. Wir haben das Gebäude, das... Oh. Ne Wenge, was bauen wir dafür? Da brauchen wir ein Zinn und drei Eisen. Können wir ein paar mehrere machen, wenn wir haben, ne? Zinn hab ich glaub ich mitgebracht. Eisen müssen wir ihm schmelzen. Ich hab grad aber keinen Bock, um Rhyzer zu bauen, das zu bauen, das ist mir zu aufwendig gerade. Ja, mach ich schon. Wotan. Ich mach jetzt mal ne Venge. Einmal mal bitte mit kurz ins Bett legen. Jo, ich geh. Oh, da gehst du? Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass der Kippe hinter mir ist. Oh. Leider? Ja, ich hab schon wie vorne. Irgendwo anders. Ah, ich mach mal für jeden eine Venge, ist das okay? Eigentlich schon, ne? So, ich weiß, was haben wir denn noch. Der ist auch voll, lol. Was? Hier ist alles voll, Hirnstrom. So, voll krass. Äh. Ja, keine Ahnung. Hier, Kupfer. Haben wir noch. Sonst haben wir's Kupfer. Hier, dann mach mal ne Runde. Ja, nochmal mit. Wo Runde wird. Geil, wie geil das so immer ist, wenn Blumen in der Luft fliegen. Da. Gar nicht fliegt zu sein. Hi Creeper. Du bist Trixi. Boah. Geil mir noch ein paar Bären suchen. Ja, da geh du ein paar Bären suchen. Da hinten, glaub ich, ist noch ein Feld. Jetzt weißt du weiter rechts davon. Äh, wo wir grad eben waren und rechts davon. Mein ich. Jetzt kommt's. Jetzt dauern wir's. Ey, wie bringt das Spaß mit den Küpern? Nein, das macht gar keinen Spaß. Nein. Ey, wo... Achst du, du hast ein Bett mitgenommen, ne? Wer hat noch einen in der Kiste gehabt? Ist mir egal. Spiel. Spiel. Ja. Passiert mich nicht, du sag. Okay. Wir gombeln so, wie geht man durch? Da haben wir auch noch Blacks. Ach, Grey auch noch. Die Homo Gomblinson. Für jeden eine Wenge, das würde reichen. Das sind immer Blaubeeren. Jetzt tun wir bei Lenny eine rein, bei WTF tun wir eine rein. Geh weg mit dem Schild. Und bei mir und Centus tun wir auch eine rein. Centus, der Ding ist einfach voll. Ja, ich hab einfach alles reingeschmissen. Kenn ich ihn mal. Nimm mir auch ein Schild auf. Alles rein damit. Woodstone, 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 Woodstone. Wo ist denn da Woodstone für eine Star? Was brauchen wir denn? Braucht wieder so ein Ding? Ok, Copper Gears. Ok, Copper ist gerade unten am...